So, zurück in alter Frische. Ja, und jetzt müssen wir natürlich nur noch auf die Play-Button drücken können. Funktioniert das vielleicht auch? Na, das nervt mich einfach. Wir spüren uns jetzt wieder komplett runter, damit wir uns wieder hochspielen können, damit wir endlich Silber 1 werden können und damit wir endlich mal nach Gold kommen. Ja, und warum? Weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Genau, was für eine Message habe ich hier? Inbox. Hasso. Weißt du was? Hallo. Wir offeren Service für Streamers such as... Achso, das ist das hier mit so... Wir geben dir Fake... News und so eine Scheiße ist das. Bläh nicht. Brauch nicht. Keine Ahnung, was soll ich bannen, Leblanc. Hallo. I'm mad. Aber das nächste wird besser. Hi, I would like to get up, if possible, please. Prep ADC. Support mit... Was banne ich denn jetzt? Nasus. Jarvan. 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 Jarvan hat mich in den Wahnsinn getrieben. Tactical Decision Sumner. Boah, das müsste ich jetzt einfach bringen. Einfach Lux spielen. Tu mir aber nicht. Ist mir zu gefährlich, mit Lux zu spielen. Wieso leuchtet der so? Hab ich doch gar nicht. Popstar Ari! Firefox Ari ist übrigens angelehnt an den Mozilla Firefox. Just to let you know. War ich nicht eigentlich dabei, Sachen zu löschen? Ja, schon. Hm. 133 habe ich schon gemischt. Das können wir schon löschen. Was können wir löschen? Tomb Raider können wir auch löschen. Die ersten zwei Folgen. Und goodbye to the podium. Jo. Okay. So, hätten wir das auch erledigt. Jetzt versuche ich schon mal, die Sachen hochzuladen. Also bitte nicht wundern, wenn jetzt hier wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche auftauchen, dann liegt es daran, dass ich eben die verlorenen Spiele hochlade. Ah! Okay, ich übertragen vielleicht ein bisschen. Schreibt irgendwer was. Gamma-Gana-Support, you can't have thrash. Spielen Support, den du spielen kannst, man. Hä, was ist denn hier los? Darf ich das mal bitte ändern? Ma! Ey, oh du scheiße, ich will gerade. Oh mein Gott. Hallo! Bist du beh... For fucking sake, ey. Dankeschön. So, danke. Geht doch. So, das war das... Ne. Nein, 80. Spiel mit Zyra. Das haben wir verloren. Ach ja, ich sollte das ja rausnehmen aus den Titeln. Aber wir sind immer noch in Silber 2. Ja, ja, ja. German. German! 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 Ich finde es aber lustig, wie sehr man immer mein Klicken von der Maustatur hört. Aber ich kann das leider nicht ändern. Warte. Aufrechen. Upload. Blub. So, was wird geschrieben? You can't help her. Am wenigsten sind die Leute gut drauf. Yeah. So, und das 90. Spiel. Oh, sind wir schon fertig mit dem Picken? Yeah. Ich habe gerade rausgefunden, muss ich gerade mal so überlegen, wie steht nicht für Victory. Definitiv nicht. Ich sehe das immer bei anderen und denke mir so, das ist immer so, ich sehe das bei anderen Spielern, die richtig gut damit spielen können und denke mir so, geil, das kriegst du jetzt auch hin und dann, nope. Doesn't work. So, jetzt habe ich das auch fertig. Wir können einmal hier umskruppen. Die zwei ersten Folgen werden jetzt wahrscheinlich hochgeladen. Könnte ich ja mal eben gucken, während ich euch dieses dunkle Bild einfach von nichts und nichts zeige. Hinzufügen zu Playlist League of Legends. Und auch das bitte zu League of Legends. Supi. Supi. Da muss ich da gleich nur noch den Text einfügen. Da reinschreiben. Er hat verloren. Beide Spiele. Weil, scheiße. So ein Mad Sad Smiley drunter setzen und dann läuft das. Ja, ja. Ja, ja. Ja, doch. Ja, also. Ja, ja. Ja, es wird spät und es ist kacke und... Es ist mal erstaunlich. Ich spiele mal wieder und das muss man mal zu gut. Ich spiele jetzt drei Spiele. Ich spiele ja immer nur maximal so drei Spiele hintereinander, weil ich keinen Bock danach mehr habe. Und man muss sich einfach mal vor Augen führen. Ich spiele gerade drei Spiele und ich habe nicht einmal Leona gespielt. Und Leona ist so eigentlich mein Standard-Pick. So, gucken wir uns jetzt auch mal den Bildschirm an. Ach, schon wieder ein Six. Vielleicht ist er genauso lucky wie heute der andere Six und rennt die ganze Zeit von mir weg. Beziehungsweise immer mit so zwei HP. Aber letztendlich ist das alles meine Schuld. Entschuldigung, wenn ich gerade so weit weg klinge, dann liegt es daran, dass ich weit weg bin. So. Ach, Mann. Ich kriege meinen Schuh nicht angezogen. Ich hasse das. Wenn ich das nicht funktioniert. So. Dankeschön. Ja. Danke. Los. Jetzt. Hab's. Fast. Geschafft. Was haben wir ja? Wir haben ein Kessix. Kessix scheint bei Red zu Beginn zu worden und stelle ich mich hier immer so hin. So, und das muss jetzt ein Sieg werden. Kein Druck, aber es muss ein Sieg werden. Und morgen muss ich nur aufnehmen. Ich hab momentan viel zu viel. Zum die Ohren. Beziehungsweise ich tue zu wenig. Let's Play-mäßig ist es momentan. Ich weiß nicht. Es ist momentan alles zu viel. Assassin's Creed, Tomb Raider, Hitman, Lego Harry Potter, Perfect World. Mein Gott, wie viel spiel ich denn? YOLO! Du sagst es. So, ich scale jetzt meine Kuh. Warum? Keine Ahnung, weil ich's kann. Weil ich's ja mit QQ. So. Wie viel Mana ist das eigentlich? 70. Merkt man direkt. Krieg ich den noch? Nein. Krieg ich den noch? Nein. Natürlich nicht. Oh, gut. Den krieg ich auch nicht. Schön. Kein Druck. Blödes Vieh wieder, ey. Geh mir nicht auf die Nerven. Geh mir nicht auf die Nüsse. Ich hasse Lasset. Fickt euch doch. Ganz ehrlich. Ey, ganz ehrlich, ne? Ey, ich hab einen Lastest. Lastest. Ja, mein Zweiter. Wie viel hat er schon? Fünf? Zehn? Kein Stress. Ja, ich spiele gerade mit der richtigen Laune. Ja, mhm. Ey, ohne Scheiß. Jeden Lastest, den ich verpasse, kotze ich. Ja, warum Six sich auch immer vor mich hinstellt und sagt YOLO. Habe ich jetzt nicht verstanden. Ne, habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. So, jetzt geht's mir mal wieder gut. Seht ihr? Das meine ich. Wir haben jetzt eine Gegendische Vieh und die wird wahrscheinlich so gefeadet und ich frage mich nur so, warum gehe ich das nicht hin? Und ich frage mich. Und der hat immer noch mehr Creeps als ich. Egal, wir gucken da jetzt nicht mehr drauf. Hat der keinen Bock mehr. Es war aber minimal außer Range gerade meine E auf dem 6. Oh ja. Ich hab keine Mana mehr. Oh nein. Oh wow. Oh wow. Hm. Hm. Oh ja. Ich bin eigentlich ein ganz guter Pick gegen 6, find ich. Weil ich relativ gut, wenn ich Mana hab, aus seinen Ultis raussetzen kann. Das könnte mir vielleicht von Zeit zu Zeit das Leben retten. Ja, ich hab den Farm aufgeholt. Wuhu! Wenn man mal überlegt, dass ich, glaub ich, ne Minute alleine war auf der Lane. Oh oh, okay, sie ist nicht mehr für 6. Aber der kann froh sein, dass ich genug Mana hatte für diesen Move. Das weiß man nämlich auch nicht. So. Äh, 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 äh. So. 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 Und dann so. Und dann so. Und dann so. Wunderbar. Ja, es läuft ganz gut. Wer ist gestorben bei uns im Team bis jetzt? Die Ratte. Ich dachte, das wär ne Ratte. Danke, danke, Lisa, für das Glückwunsch. Ich hab es gerade soeben gelesen. Aber ich guck gar nicht mehr auf die... Ich will gar nicht mehr auf die Statistiken oder so gucken. Ich hab da keine Lust drauf. Mobius. Oh, wo? Was ist das? Oh, wo? Ich hab's also ges Creed, ich hab's. Oh, wo? Ich hab's gegenseitig. Oh, wo? Was ist das? Ich hab's gegenseitig. Dann mal. Ich hab's gegenseitig. Du? Hätte er sich den... Hat sich echt den Blubuff einverleibt. Finde ich jetzt eigentlich nicht in Ordnung, ne? Don Giler! Naja, wenigstens habe ich Spellsend. Ach, toll. Toll, dass der einen Blubuff kriegt. Nein! Wieso? Wo kamen sie denn her? Es ist... Aber wo kam... Ach, so eine Dreckskacka. Mal wieder. Wo kamen sie denn plötzlich her? Und wieso treffe ich meine Ehe nicht? Hoppala. You better leave. He's lovable. Oh mein Gott, der hat 53 Farm nur. Ist einfach 5-0. Hallo? Ja, komm doch mal ein Stück näher, Kollege. Wie ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist alles ein bisschen komisch gerade gelaufen. War auch nicht so durchdacht, das Ganze. Nice. Dix hat er nicht umgebracht, aber... Boah, ich hab einfach gar keine Schuhe! Schuhe! Ich bin einer der drei Toten. Aber wenigstens... Ich hab mich wieder arretiert mit dem Lasten... Ne, doch. Wenigstens das. Klappt jetzt. Schon mal. In gewisser Weise. Wir hätten jetzt dafür Assistance gefragt, auch Morgana, okay. Ja, ja, ja. Wir müssen mal den gegenwischen Tower pushen. Dringend. Ich helfe jetzt bewusst nicht, weil ich den Tower pushen möchte. Ich helfe jetzt, dass es überhaupt klappt. Okay. Wir haben beide so schnell hälten Watton. Das muss gesaved sein. Oh, wow. Und das meine ich. Wo sind die OP-Leute? In meinem Team. Wieso bin ich nicht so OP? Warum funktioniert das einfach alles nicht? Jetzt mein Tower weg. GG! Hätte ich mal geholfen, wirklich. Also, so sinnlos letztendlich. Selbst schuld. Gleich kommt da so eine kleine Ratze und macht einmal BOOM mit der Ulti und dann... Ne? Oh! Weißt du, was das für ein Problem ist? Ich komme gerade nicht rüber gedasht. Hihi. Ich sehe ihn. Hey, das gibt's doch nicht. Heute meine ganzen Spells auch in anderen Matches. Das funktioniert einfach. Einfach mal gar nicht. Juhu! Juhu! Ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das gar nicht hören wollen, wie ich singe. Ich habe meinen Pinkguard zerstört. Oh, doch nicht. Wieso kann ich meinen Pinkguard? Ich habe das Gefühl, ich habe mal wieder nie... Ich habe das Gefühl, ich habe mal wieder nie... Ich habe mich nicht mehr verantwortlich. Ich habe nicht mehr verantwortlich. Ich habe mich nur verantwortlich. Ah, das war so dumm. Das war einfach so dumm, weil man einfach erst der Firegrass auf irgendwen draufballern sollte und dann angreifen sollte. Und dann hätte ich auch bestimmt den Kill bekommen. Yeah, sie haben surreendert. Surrender! Ich glaube, so ein Spiel brauchte ich letztendlich zum Ende hin auch, damit ich einfach nur wirklich diese ganze Depression, die sich da aufgestaut hat, dass mich die einfach, ne? Plus 24, wieder bei 74. Das heißt, wenn ich ein nächstes Spiel habe, dann habe ich gewinne, bin ich bei 98 mal wieder. Na gut. 6,5 Gold. Läuft. Nice, nice, nice. Wirklich. Ach, keine Ahnung. Ich honor die jetzt einfach für random Sachen. Naja. Leider kein positives Ergebnis für den heutigen Tag. Zwei verloren, eins gewonnen. Blödsinn. Blöd. Warum lädt das nicht? Auch okay. Ja. Der will mir die Schmach schon gar nicht mehr anzeigen. Na gut. Dann eben nicht. Ja, ich verabschiede mich hier von euch ganz herzlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haltet die Ohren steif. Das ist ein koscher Satz. Das wäre ein koscher Satz. Vielen Dank.